Was ist die neuste Technik? Ja, ich muss sagen, das ist die neuste Technik auch. Und was mir auch zusagt, ist eben, dass da auch ständig Weiterbildungen angeboten werden für Ärzte und Zahntechniker und so weiter. Dass man da immer bemüht ist, auf dem neuesten Stand zu sein. Das hat mir eigentlich auch zugesagt. Vielen Dank.